das mache ich mal eben hier über den da so jetzt drückt doch schon die knöpfe ich will doch nur dass du klein wirst mann gandalf aber sich das noch ausmachen wo ist er denn wo ist er denn wo ist er denn das dein das ist nämlich gerade unhilfreich da so dankeschön so es kann weitergehen müssen wir das nochmal machen also dahinten hin und knapp gedrückt ein hier und dich oder dich da das drückt schon der wie die zeitversetzte scheiße links steht gandalf links steht batman ok drück computer gestützt von apatür science gratuliert zu einer weiteren großartigen leistung toll gemacht so nächste ebene mehr hast du nicht drauf vielleicht diese testkammer ist unmöglich das enrichment center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte testkammer ich befürchte hier ist alles möglich und wenn ich dafür wieder schlüsselsteine brauche aber selbst dann geht es lass mich mir eben einen überblick verschaffen und das geländer kaputt holzen vor allem letzteres ah die beiden sind das ok drei sogar interessant sehr interessant quasi wunderprächtig das herumliegende bagel noch einsammeln und dann können wir gleich mit der aufgabe anfangen ja man möchte auch mal hier die ganzen fahrzeuge aufwerten da kommen wir aber zu wenn ich das mal gemacht habe dann zeige ich euch das mal was die dinger denn dann so gönne einer zwei drei zack 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 so das müsste so ein transportband sein wenn ich mich nicht irre aber orange schieben oder ziehen das ist jetzt die frage die sich mir stellt jetzt ein bisschen noch überfragend ach geh aus einmal wenigstens zuhören was es macht also spielt tatsächlich einfach nur Musik ok hier liegt so schön viel bargeld rum du bist wahrscheinlich ein laser oder auch nicht wir gucken gleich erstmal so die dinger machen wir nochmal kaputt schön 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 so da sind es rein können wir wählen ich entscheide mich mal erst für diesen hier es muss dunkler werden eigentlich eigentlich da so schön na wat küt ha der Zug oh du hast es repariert wundervoll als ich sagte dass es unmöglich sei war das ein Scherz Teil des Tests du hast nicht einfach aufgegeben du hast weitergemacht obwohl du wusstest dass es sinnlos ist sinnlos wie du aha du dämliche ach ist in Ordnung so was haben wir denn ja pass auf so für Feuer hole ich mir den Kollegen mit dazu wenn wir es schon können wenn wir das schon können dann kann der Wegs nochmal durchs Feuer gehen der Kollege klatsch ich wurde wieder geboren schon wieder ok das war die falsche Rechte und für Blitz müssten wir ja Ähnchen hier haben komm her Jay ich habe gerade ein Videospiel gezockt ja mach ich auch es kommen halt hier bei mich bei das heißt wenn wir so Punch klatsch aha aha klatsch sehr schön schwupp wunderbar gut aber es ist doch was anderes ach wie wild ist hin und her geballert so die brauchen wir nicht mehr knete bevor sie verschwindet können wir es auch drücken nein kann man nicht also der hier gut fangen wir mal hier an wenn wir hier hinspringen dann macht es so zack zack launch zack zack ah geht er weg super jetzt klopfst du dir sicher selbst auf die Schulter Testsubjekt hier Namen einfügen muss der ganze stolz von hier Namen des Vaters einfügen sein äh 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 klar dass du bist ein Schatz weißt du das ich habe die schon immer gehasst ähm ich brauche aber einen der werfen kann oder kannst du Blitze schießen nein ich brauche einen der schießen oder werfen kann nämlich dich hier bläh ich will die Uhr haben batsch ich will die Uhr aber noch ein zweites Mal haben super it eh als quasi fantastisch so Jungs goodbye und wir laufen weiter aufwärts 05 für den nächsten Test wurde der Raum mit Wärmeleitstrahlen ausgestattet zum Schutz der Gesundheit soll der Kontakt mit den Lasern angeblich vermieden werden die Abteilung für Gesundheitsschutz ist allerdings geschlossen deshalb ignorieren wir solche Hinweise das war mir mal so gar nicht klar Wärmeleitstrahlen interessant so ist das ein Handy? nein das sind die Central Turrets zur Handy okay okay können wir mal her das Ding für ein Bad Motorrad ist es zu bunt vielleicht ein Robin Motorrad so gib Gas das habe ich schon fast einmal befürchtet nur in schlimmer nehme ich mit ich bin dann auch noch weg ja job job und das nächste hier muss es eine ganze Menge Knete zu holen geben ich tippe mal so auf etwas weniger als 180.000 für dieses komplett Ding für 100% die war vermutlich nicht aber es sei okay die auch noch eben weg zack 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 wunderbar ist ja auch zu pfeifen im Hintergrund was auch immer du bist gut ich gucke mich erstmal noch ein bisschen weiter um da will ich nicht rein definitiv will ich da nicht rein schnipp so da werde ich auch sonst weggeschossen das muss jetzt nein ich könnte dir viele andere schöne Dinge vorstellen als von Sandvictuals zerschossen zu werden das muss ich jetzt nicht haben so da drin ist blö rot gelb blö ach guck mal das ist auch mal ein Typ drin kameraschen auch noch weg so und jetzt gucken wir uns das mal alles an weil warte Gandalf den können wir uns schon mal hier rüber holen jihihi na gut ich gehe lieber in diese Richtung altbekannter Portal Trick nehme dir einen Laser und vernichte die Dinge so gut bevor ich jetzt irgendeine enttaubte machen wir lieber auf die Tour jetzt gucken wir uns an was wir hier drin haben also diesen hier auch wieder links weiter links nein nicht weiter links weiter rechts vielleicht noch weiter rechts noch weiter rechts nein gut vielleicht ja in die Richtung hier irgendwo hier muss doch eins sein ähm äh ehm guck mal da gefunden Jetzt bin ich mal gespannt, was das macht. Glücklicherweise mag ich Proba Simpson nicht. Die Testumgebung wurde beschädigt. Als Wiedergutmachung wirst du 9 9 9 9 zusätzliche Tage mit Tests verbringen. Ich hoffe, du hast dir einen Imbiss mitgebracht. Ich habe mir so viel Imbiss mitgebracht, das glaubst du gar nicht. Zack, ähm, jetzt brauchen wir den hier. Anscheinend. Mal klein. So, jetzt kannst du unter den Laserstrahlen durchlaufen. Das ist schon mal klasse. Ah, mh. Nicht sinnvoll. Ach, guck mal. So. Ich habe eine Idee gefunden. Einen Weg gefunden. Den blastern wir jetzt erstmal. Futsch. Und da kann man auch irgendwie durch. Ja. Ich rate, jetzt kann man auch. Den hätte ich aber gern. Um das mal so auszudrücken. Aber genau diesen hätte ich gerne. Irgendwie muss man die nachher noch richtig drehen können. So. Komm schon. oder auch nicht Farbe, Farbe, Farbe Leitstrahlen eignen sich ausgezeichnet für operative Eingriffe zur Verbesserung der Sehfähigkeit. Versuch es mal Ah, anscheinend verdammt ich kann nicht, wenn ich hier durchlaufe. Warum machen wir auch solch Angst? Ah, ich bin so blöd Ich bin so blöd Ich kann doch ganz geschmeidisch Genau Ja, am Anfang habe ich es noch gesehen und dann habe ich es übersehen Ach, es ist so schön Und sie hat es mir auch noch gesagt Ich habe vorhin mitbekommen wie die Laser darüber sprachen wie toll sie dich finden Ihr solltet euch wirklich mal treffen Ach ja Ich würde auch gerne einen Laser treffen Den Herrn Laser Hätte bestimmt was für sich So Einmal grün Nein Einmal orange Jetzt grün Wildstyle Ihr schießt da was aus deinem Kopf Ach guck mal Jetzt tut es weh Aber wenn man das so macht Dann geht das klar Oder was Anscheinend Super Chroma Dann laufe ich einfach durch Gunnar steht in der Mitte Ich brauche Gelb auf rechts Und rot auf links Das Das Dann das hier Nein So Geht Dreh dich Und das sollte So Ja Schön Der Aufzug hat offenbar eine Fehlfunktion Ich haue kurz drauf Und dann machen wir weiter Ja Ist in Ordnung So Schön schön Liegt da noch was Ja Ein Zwei Drei Liegt da noch Ein vierter Nein schade Das hat wohl nicht funktioniert Ein Reparatur Android Wird sich darum kümmern Irgendwann Lehn dich einfach Zurück Und warte Oder gib auf Ich würde das verstehen Aufgeben habe ich gerade Was Ich habe rein gar keine Zeit Um jetzt mehr ins Detail zu gehen Aber wenn du diese Schrauben Entfernst Erledige ich den Rest Gut Okay Hör zu Ich hätte schon früher geholfen Aber sie glaubt Ich kümmere mich um die Subjekte Jetzt ist die Sache die Mir ist dabei vielleicht Ein klitzekleiner Riesiger Fehler Unterlaufen Keine Panik Aber wenn sie das herausfindet Wird sie euch wohl für immer Für die Tests einspannen wollen Und mich abschalten Mein Vorschlag Wie wäre es Wenn wir es Nicht so weit kommen lassen Und zusammenarbeiten Um den Unausweichlichen Schrecklichen Konsequenzen Zu entgehen Das klingt nach einem vernünftigen Deal So Mein Gott Sind das Schrauben Lebo Schrauben Dreh dich Dreh dich Schraube Wie dem auch sei Lasst mich mal eben Diese Schalttafel hacken Oh Geld Eine Null vergessen haben Und Ich versuch's nochmal Ich versuch's nochmal Du kannst nicht zufällig Pi auswendig Wie ging das 3, irgendwas 3,14 Und ein bisschen Die Stimme von Iron Man Tony Stark Und ich bringe uns hier raus Hör zu Sie glaubt Sie kennt diese Anlage Ganz genau Aber sie weiß nicht Dass es hier einen Tunnel gibt Der direkt nach oben Sie weiß doch von dem Geheimtunnel Ja Hat ihn auch noch versiegelt Clever Ja Die Sache ist die Ähm Dass dieses Rohr offen ist War ein großer Teil Meines Fluchtplans Der cake is a lie Der cake is a lie The cake is a lie Kitchen on Floor Kitchen on Floor 2 Okay Ja Schön Der Kuchen ist eine Lüge Ja Das war schon immer so Äh Wo ist da? Hier blickt alles pink Mal da hin Sehr schön Ja Äh Und jetzt Ja Genau Blatsch Höher Super Ja Idealst Idealst Was? Centri Guy Das Sentry-Trick, jo. Ah, Telefon. Ach ja, immer wieder schön. Ich dachte, ich lasse euch währenddessen mal hier schön Musik hören. Es ist so knuffig. Ah, guck mal da. Die Hütigkeit. Mach Platz. So. Ich muss mal um. Mach einfach was mitnehmen. Ach, die sind so super.